Hier beim CSD, beim 30. CSD in Rottland! Yay! Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Es ist 22 Uhr und wir müssen leider um 22 Uhr das Programm auch schließen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und rufen noch einmal alle Künstler, sofern sie noch anwesend sind, des heutigen Abends hier auf die Bühne des Christophers Twitties Rostock in vorderster Frontline! Mädels, kommt noch mal mit drauf zum Finale. Dazu rufen wir auch die Schwestern der perpetuellen Indulgenz mit auf die Bühne. Und wir haben immer noch Amy Winehouse. Es ist ein Biddy! Kommt mit raus! Daisy! Wir rufen das Team von Christophers Twitties mit auf die Bühne. Mulle, Doro, Matze ist schon auf der Party, aber wir haben noch den Andy. Kommt alle mit hier auf die Bühne, die ihr heute mit dazu gehört habt. Ihr Ali! Mulle, unser Vorstandsvorsitzender, Hannes Möller, Claudi, Claudi, Confetti und Doro und Andy. Und wir fangen einfach an mit dem allerletzten Lied. Da könnt ihr direkt auch quasi mitsingen. Es ist vom Band und es wird leise über dem Platz erklingen. Und dann gehen wir gleich alle in die Batschow zum Feiern. Herr Karajan, einfach mal rein. Wir sind ein family. Ich habe all meine Schöne mit dir. Wir sind ein family. Wir sind ein family. Wir sind Familie Wir sind Familie Ich habe all meine Schwestern mit mir Wir sind Familie Together, everybody, and sing Wir sind noch immer wieder Wir sind noch immer wieder Wir sind noch immer wieder Mach mal alle Mikros auf, ihr Und tröne einen damit Das Schöne ist, gleich kommt der Rostradik, wir haben alle Wir sind noch immer wieder Wir sind Familie Ich habe alle meine Schwestern mit mir Wir sind Familie 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 Ich habe alle meine Schwestern mit mir Wir sind Familie 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 Ihr Lieben, ich bedanke mich recht herzlich bei eurer Moderatorin, Schwester Walshberg. Dann bedanke ich mich ganz herzlich auch bei meinen Kollegen und Moderatorin, Schwester Walshberg. Und die einzigartige, unerreichte und abdeckte Schwester Rona. Dankeschön, das war der Christopher Street, den 2015 hier in Oslo und ihr warst Nisabarli. We are family, I got all my sisters with me, we are family, get up everybody and see, we are family. Ganz klare Hand gefahren, das heißt, wir sehen uns gleich alle in der Pratschung aus. Noch einmal einen Riesapplaus an die Hasen von der Technik. Bravo, dankeschön. Und natürlich an alle freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer, die das heute hier möglich gemacht hat. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank, dass wir nicht verdursten mussten an die Spiele. Spiele Rona, V7 und Pramba. Und bevor wir uns hier noch voll tanzen, würde ich jetzt schlicht und reifend sagen, es ist 22 Uhr. Wir wechseln die Beleuchtung und zwar auf drei geht das Licht auf der Bühne aus. Eins, zwei, drei. Ja, gute Nacht. Danke schön. Wenn noch Autogramme von Laien gewünscht werden. Die Mädels sind hier am Eingang vom Backstitch, am Infostand vom CSDEV, hier noch für euch verfügbar. Sie kommen gleich in den Infostand, da könnt ihr noch Autogramme von Laien bekommen. Wir sagen danke, gute Nacht, auf Wiedersehen. Bis gleich in der Batschung. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.